Musik In der guten alten Zeit lebten die Menschen noch ruhig und in Frieden. Musik Niemand glaubte, dass es in Zukunft zu einer Bedrohung kommt. Musik Auf der Schattenseite des Friedens und des Wachstums gab und gibt es aber auch immer das Böse. Musik Die Menschen beginnen, das Wachstum abzulehnen und bezeichnen den Frieden als Degeneration. Musik Wir haben uns hier versammelt, um die Mächte der Finsternis mit unserem verfluchten Blut zu rufen. Wir wollen, dass sie die Welt regieren. Wir erwarten lächelnd den Niedergang der Welt. Musik Nach 100 Jahren ist der Böse wieder auferstanden. Er kann sich in eine Fledermaus, einen Wolf und Nebel verwandeln. Musik Er liebt die Nacht. Er schlürft das Blut von jungen Frauen und lebt ewig. Der Burker des Teufelsschlosses, der Herr des Bösen, Graf Dracula ist auferstanden. Musik 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 Vielen Dank.